Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der satanischen Musikagenda, der Sendung im Internet auf verschiedensten Kanälen, wo wir über die Auswüchse der satanischen Musik sprechen. Und wir haben inzwischen jetzt schon 144. Sendung und wir sind jetzt immer noch mit der weltbekannten schwedischen Popgruppe Ava zugange. Und es tut mir leid, aber die interessanten Sachen, die kommen ja erst noch, zumindest für mich. Und deswegen dauert es leider ein bisschen, weil ich möchte jetzt nicht da so rüberfliegen. Auf der anderen Seite kann ich jetzt wirklich nicht alle Themen behandeln. Das wären Tausende von Seiten. Es sind jetzt schon Tausende von Seiten. Aber wenn die noch alle dazukämen und deswegen muss ich jetzt jemanden haben, der auch mal so ein bisschen versucht, einen Überblick sich zu verschaffen und den Überblick zu behalten und vor allen Dingen eventuell irgendwelche Dinge mir aufzuzeigen, die ich da vergessen habe, das ist der Jörg in der 22. Ava-Folge. Hi, Jörg, Ava, freust du dich? Thank you for the music, the songs we're singing. Ach, das war so ein bisschen das Abschiedslied von Ava und das wäre ja schön, wenn wir langsam mal einen Abschied haben, aber stattdessen bist du mit 22 Sendungen in der Mitte. Mann, also ungefähr, also das ist ja, wie heißt das Buch von Michael Ende, Never Ending Story? Die Unendliche Geschichte. Ja, Unendliche Geschichte, sowas in der Richtung, das ist ja mit Ava-Beiler dasselbe, also da kannst du ja fast schon einen eigenen YouTube-Kanal aufrichten, nur für Ava und Peter Gabriel. Ich wollte sowas wie Peter Gabriel nie mehr machen, aber dann kam bei Ava wirklich eins zum anderen und deswegen sind wir jetzt, mit dem eins sind wir schon durch und jetzt kommen wir zu dem anderen. Dann hoffe ich mal nicht, dass du so eine Gruppe wie Deeper Schmurt noch mal in der Tiefe behandelst, weil dann was du auch nicht schon mit dir hast. Nein, 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 keine Sorge, keine Sorge, mir geht das mit Ava auch langsam jetzt so. Ich kann das einfach nicht mehr sehen, weil ich kann die Lieder auch nicht mehr hören, weil jedes Mal kommt natürlich jetzt schon irgendein Gedanke bei mir hoch, wo ich denke, ach ja stimmt, das hast du da und das stimmt doch gar nicht und das ist gelogen und das ist so und das ist ganz anders. Also ich kann mich da jetzt bei Ava mittlerweile gar nicht mehr entspannen und damit ich das endlich jetzt hier wegarbeiten kann, machen wir jetzt direkt die nächste Sendung. Du arbeitest das jetzt in einem Tempo weg, lass uns mal sagen, dass du das, wie man so schön im Englischen sagt, that the monkey gets off your back, dass dir die Last von der Schulter genommen wird, weil es ist ja im Grunde, man kann es ja noch nicht anders ausdrücken, es ist ja eine Arbeit, die vom Heiligen Geist geleitet wird und es ist ja eine Information, die raus muss und wir wollen ja anderen Leuten damit helfen. Wir machen das ja nicht zur Selbstbelustigung, wir machen das nicht, weil wir aber was Schlechtes wollen, aber weil wir den Menschen etwas Schlechtes wollen. Wir machen das, um die Leute, die vom Teufel so dermaßen betrogen wurden, aufzuzeigen, wie sie betrogen wurden. Heute Nachmittag habe ich Weine geliefert und das war ein sehr treuer Kunde und seine Frau hat auch schon öfter Gesundheitsprobleme gehabt und so eine kleine, ganz schlanke Frau, sehr quirlig und ja, ich hatte wieder mal angefangen, über die Bibel zu sprechen und die hat einen Geist, der will das nicht. Und das hat sich dahin geäußert, dass sie nachher überhaupt keine Argumente mehr hatte und überhaupt meine Fragen gar nicht mehr beantworten konnte, hat sich einfach umgedreht und ist gegangen. Solche Leute gibt es. Die können einfach, wenn du die mit der Wahrheit, wenn du die mit dem Heiligen Geist konfrontierst, dann sagt, deren Geist macht, dass du hier rauskommst. Ich kann das nicht. Ich kann da nicht gegen anstehen. Genau wie Jesus Christus das auch hatte in der Begegnung mit den Dämonen, die gesagt haben, Jesus Christus, was machst du hier? Bist du gekommen, um uns vor unserer Zeit zu verurteilen? Sie sind machtlos dagegen, gegen die Wahrheit, weißt du? Und deswegen ist es, Michael, so, je mehr Leute wir hiermit erreichen, je mehr Leuten wir deutlich machen, wie betrogen sie ihr ganzes Leben, vor allen Dingen mit solchen Sachen sind, mit so augenscheinlich, also augenscheinlich ist das verkehrte Wort, das sagt man im Flämmischen so augenscheinlich. Offensichtlich. Ja, nee, eben nicht mit so offensichtlich, weil der Betrug mit Abba ist ja nicht so offensichtlich. Das ist ja gerade das Problem. Aber mit solchen Dingen, die so subtil, ja, der Betrug ist so subtil, dass das so hintenrum passiert über diese, so weißt du, das ist wie einer, der dir die Hand auf die Schulter legt und da sagst du von, ey, das ist mein Freund, aber du siehst nicht seine andere Hand, die ein Messer in der Hand hält und sich gleichzeitig hinten in der Rückenmark reinbohrt, wenn du nicht aufpasst. Und genau so ist das. Wir sind so in die, wie sagt man, in den Schlaf gesungen, kann man schon fast sagen, ja, geistig, durch Abba und auch durch andere Gruppen, aber hauptsächlich durch solche Leute wie Abba oder vergleichsweise, dass wir überhaupt nicht merken, wie dieser Betrug da ist. Und deswegen sind diese Sendungen so furchtbar wichtig. Auch wenn es dir im Augenblick, lass uns mal sagen, ein bisschen über den Kopf wächst fast. Auf der anderen Seite würde ich sagen, weißt du was, nimm da mal einen Monat Pause, dann geht das vielleicht auch wieder. Aber mal sehen, wie wir das weitermachen. Ich freue mich jedenfalls, die 144. Sendung und die 22. über Abba hier miterleben zu dürfen und den Leuten aufzuzeigen, wie subtil die Schlange arbeitet, die ja bereits in der Bibel geschrieben ist, als das listigste Tier im Garten von Eden. Und das hat sich auch nicht verändert. Der Garten von Eden ist nur größer geworden und fast heute die ganze Welt. Und die Schlange ist immer noch das listigste Tier. Und die Schlange ist der Drache, der Teufel, der Satan, der große Drache, der aus dem Himmel geschleudert wurde. Da müssen wir uns bewusst von sein. Wir kämpfen hier einen geistigen Kampf, einen spirituellen Kampf. Und dafür müssen wir gerüstet sein. Und das können wir nur, wenn wir die Bibel lesen. Und deswegen wollen wir die Leute aufgrund dieser Sendung dahin bringen, dass sie ihre Bibel lesen. Dass sie Sachen wie diese Musik fallen lassen und dass sie begreifen von da in dem Vergnügen, was der Teufel für uns erfunden hat. Da nimmt er im Grunde die Freude mit weg, die wir empfinden, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und wenn wir ihn kennenlernen. Und dadurch, wenn wir ihn kennenlernen, werden wir erst richtig befreit und können wir richtig genießen von diesem Leben. Und das wollte ich mal eben zu etwas längeren Einleitungen zu diesem Thema sagen. Ja, bitte Michael, dann fahr mal fort. Ja, ich bin jetzt auch so weit, dass ich sage, es wächst mir überhaupt nicht über den Kopf. Sondern ich will auch endlich mal zu den Hammer-Sachen kommen, zu den wirklich absoluten Augenöffnern. Und ich muss trotzdem immer noch den Umweg nehmen und sagen, das ist aber auch wichtig. Und das kommt, das ist alles in Schritt, in Schritt, in Schritt, in Schritt zu nachher dem großen Finale sozusagen. Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen enttäuschen würde, wo es vielleicht gar nicht über einen Lead-Text nachher geht, sondern um eine ganz andere Sache. Also, wir machen mal weiter. Ich versuche jetzt hier mal, Stoff durchzukriegen. Wir waren letztens stehen geblieben bei den Videomanipulationen von ABBA, The Last Video Ever, wo eben die Leute da digital reinkopiert werden. Aber es sieht nach außen dann eben so aus, als wenn ABBA dann wieder irgendwie gemeinsam bei dieser Produktion zusammen gewesen wäre, was sie eben nicht waren. Jetzt habe ich noch eine Sache noch eben aus dem Hintergrund in der letzten Folge. Ich habe zwei Sachen vergessen zu benennen. Die eine, dass Anni Fried mit im Background-Vocals bei Einer Nacht in Bangkok gesungen hat. Das habe ich dem Bernd versprochen und das hole ich jetzt hiermit nach. Und das zweite ist, dass der Andrew Lloyd Webber, der eben für Jesus Christ Superstar die Musik geschrieben hat und eben der Partner ist von Tim Rice, mit dem wir aber dieses One Night in Bangkok oder Chess im Allgemeinen gemacht haben, der hat eine Stiftung gegründet. Die heißt Open Churches Trust, die mit Erfolg dafür sorgt, dass in Großbritannien Kirchen, die sonst geschlossen wären, offen sein können, um denen, die es brauchen, einen Zufluchtsort für Frieden, Trost und Gebet zu ermöglichen. Und denen, die gerne eine Kirche übersichtigen möchten, Zutritt zu geben. Das hört sich doch alles erstmal ganz toll an. Ich habe jetzt nur irgendwie im Vers im Kopf, der da so heißt, Gott wohnt nicht in Tempeln aus Stein. Aber gut, wie gesagt, Kirchen braucht, Kirchengebäude braucht eigentlich niemand. Ich weiß, dass das für viele provokant ist, aber dann sollte man wirklich die Bibel lesen und dann begreifen, was überhaupt die Gemeinde Jesu Christi ist. Und die trifft sich garantiert nicht in einer großen Kirche, egal wie alt die ist, egal wie schön die ist. Jetzt geht es weiter. Das sind alles nur Nebengeplänke hier, um nachher ein großes Ganzes zu haben. Seit 2010 sind aber in der Rock'n'Roll Hall of Fame in Waldorf Astoria. Astor? Titanic jemand? Das eben interessiert mich nicht. Das ist zwar das nächste Bild, wo eben da die zwei, Benni und Frieda, eben das dann halt da mitgeteilt bekommen haben. Im Hintergrund seht ihr diese Pyramidenstruktur von der Rock'n'Roll Hall of Fame. Das kennt ihr ja aus dieser Ägyptenlesung noch. Und genau das. Und deswegen gehen wir jetzt locker, flockig, munter weiter. So. Ja. Das nächste ist etwas, was ich gleich im Video einspielen werde. Was der Jörg nicht kennt. Ja. Es geht sich darum, dass hier im ABBA-Museum in Stockholm, was ja schon seit einigen Jahren unter Leitung von Björn Ulbius, wem auch sonst, da eben schon seine Pforten geöffnet hat, eine Hologrammband von ABBA spielt. Die also quasi virtuell da erscheinen. Und jeder kann sich dann dazu stellen und dann bei Mama Mia zum Beispiel dann halt dann auch so tun, als ob er das fünfte Mitglied bei ABBA ist. Das ist schon mal das. Das, was aber da kommen soll, ist was ganz anderes. Das, was da kommen soll, ist eine ABBA-Tour, eine Digital-Tour mit Hologrammen. Das ist eben schon 2018 angekündigt worden und das ist, glaube ich, wenn ich richtig jetzt sehe, bis jetzt noch nicht erfolgt, aber das kommt auch noch auf uns zu. Damit kann man schon mal sehen, wie weit diese Technik auch fortgeschritten ist und wenn das in irgendeiner Art und Weise mit zu weiteren lügenden Wundern, die in der Bibel beschrieben sind, mit zu Pass kommt, dass irgendwelche Marienerscheinungen oder irgendwelche komischen Dinge am Himmel dann halt kommen, Zeichen am Himmel sozusagen, dann würde mich das auch nicht wundern, weil diese Agenda mit diesem Hologramm auch immer weiter vorangetrieben wird. Dann haben sie noch zwei neue Songs aufgenommen, I Still Have Faith In You, ich habe also immer noch Glauben an dich und Don't Shut Me Down, also jetzt schalt mich nicht ab oder schreib mich nicht ab, wie auch immer. So, dann gibt es hier Cover-Version, ABBA-Revival 1990er, sage ich nur der Vollständigkeit halber, das ist alles für mich, ehrlich gesagt, völlig unergiebig jetzt hier im Augenblick, aber ich sage es nur, damit man weiß, es gab einen Riesen-Revival und dieses Revival ist gekommen durch diese ABBA-Best-Of-Geschichten, gleichzeitig, weil eben Gruppen wie Erasure und andere dann eben diese Sachen gecovert haben und andere Menschen, die dann also völlig populär gemacht haben, indem beispielsweise sie auf der Bühne auch ABBA-Titel geschmettert haben, das hier ist Bono von U2, von der Band. Was über den zu halten ist, haben wir dann schon mal in anderen Sendungen gemacht, das ist ja ein Mensch, der freiwillig den Mephisto spielt, also den Teufel spielt, den entsprechenden Aufführungen und er ist ja auch in einigen Agenten drin mit US-Präsidenten, beispielsweise, wenn ich mich richtig erinnere, mit Barack Obama, aber das Interessante hier bei dem Bono ist, er hat man auf der Bühne Dancing Queen intoniert und hat da sein ganzes Publikum mitsingen lassen und wer steht da im Hintergrund und spielt da Keyboard und wer steht da im Hintergrund und spielt da Gitarre, das sind Benni und Björn von ABBA. Das heißt, das war jetzt kein Überraschungsauftritt, das war vorher abgesprochen und geplant. Wir sehen alle Arbeit in derselben Agenda, die einen bedienen so mehr den Familiengeschmack und U2 bedient vielleicht etwas so mehr den deftigeren Geschmack, aber alle verstehen sich, alle kennen sich und wenn ihr dieses Video, was ich jetzt einspiele, wenn ihr dieses Video euch mal anschaut, dann sagt ihr, dieser heilige Song, dieses heilige Lied Dancing Queen, also was ist daran heilig? Da geht es über Minderjährige, über Spaß haben, über Menschen benutzen, ja, da geht es natürlich über ein Tambourin, damit sich das auch schön reimt, aber es geht letzten Endes da wirklich nur um, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Das tut mir leid für die Leute, die Dancing Queen gut finden, das ist auch ein tolles Lied und toll produziert, gar keine Frage, extra mit entsprechenden Aufdoppelungen von Stimmen durch den Michael Tretow, den Toningenieur, aber nach wie vor, der Inhalt von dem Lied, die Songtexte von dem Lied weisen nur ganz eindeutig in eine Richtung hin und das haben wir in Folge, wenn ich richtig im Kopf habe, 130 Mal behandelt. Und am Ende geht er hin, der Bono, und sagt, ja, wir sind aber nicht würdig, so verstehe ich das aber, we are not worthy, dreht sich um, guckt die beiden Aberjungs an und verneigt sich vor denen, also er quasi, er verneigt sich vor denen mit beiden Händen wie vor einem Gott, wie vor Göttern, ja, also er vergöttert sie, wirklich buchstäblich und maßstäblich in diesem Video und auf dem nächsten Bild, Bild, was ich jetzt hier habe, das ist aus diesem Video A4Aba rauskopiert, da seht ihr, das sind wirklich die beiden, im natürlich etwas fortgeschrittenen Alter. Und im allernächsten Bild, übernächsten Bild, da seht ihr dann beispielsweise, dass er da jetzt auf die zugeht und ich hoffe, ihr seht noch diese Handbewegung da, das sieht man ja noch so ein bisschen, ja, wie er dann sich dann vor die stellt und dann halt sich nach vorne überbeugt und die dann quasi dann so preist als Götter. Ja, deswegen fand ich das schon mal interessant, dass eben jetzt beispielsweise eine Band wie U2 auch mit Abba zusammen auf einer Bühne steht und er die dann als Götter verehrt. Na, dann so viel zu dem ersten Gebot, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. So, und wenn ihr nicht wisst, wer Bono ist, guckt mal auf dem nächsten Bild, ja, das ist der, der halt ganz besonders diese Maske trägt, das ist auch ein Teil des amerikanischen Intros dieser englischen Version dieser Serie. Und jetzt eben Licht aus, spot an für U2, Bono, zusammen mit Benni und Björn von Abba. Edge, sing a magic tune. We are not worthy. Soweit dieser Clip, das ihr also jetzt wirklich seht. Also das ist genreübergreifend. U2 haben jetzt mit der Musik von Abba nicht wirklich irgendetwas zu tun, außer dass die beide sehr erfolgreich sind. Aber man sieht also da wieder, die Grenzen sind da fließend. Wer Erfolg hat, muss letzten Endes dieser dunklen Seite huldigen. Das tun die beide sehr erfolgreich. Abergold belegte in Zwölfländern Platz 1. Für die vier Abermitglieder kam der Erfolg völlig überraschend. Und dann ist das Album 2008 nochmal Nummer 1 in den USA geworden. Aufgrund der Popularität des Kinofilms Mamma Mia. Und da könnt ihr euch jetzt ja denken, welches Thema jetzt kommt. Obwohl die Gruppe selbst nicht mehr aktiv war, erhielt Abba 1993 das Allerweltauszeichnis als erfolgreichste internationale Popgruppe des Jahres. So auch den World Music Award, also den Weltmusikpreis. 1999 kam mit der schwedischen Popgruppe Eighteens, die zunächst als Aberteens gegründet war, das sie wahrscheinlich nicht machen durften. Nur echt mit Pentagram. Kam eben jetzt nochmal aufgebrühte Versionen für ein etwas jüngeres Publikum von eben diesen Sachen. Natürlich Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight darf nicht fehlen. Tja, nur echt mit Pentagram. Eighteens, genau. Ist ja nur mal ein Beispiel. Es gab auch andere Bands, wie hier Björn, Gän. Wir hatten ja auch schon mal diese Coverband, die da angeblich der Vladimir Putin da gebietet hat. Und so weiter und so fort. Hier seht ihr jetzt hier mal Erasure. Da gibt es also dann auch Coverversionen von Abba. Da war ich ein ganz großer Fan von Erasure. Was meinst du, warum ich das hier reinkopiert habe? Habe ich dir das schon mal erzählt, ja? Ja, das hast du mal erzählt. Es ist, weil der Mann hinter Erasure, Vince Clark, ist derjenige, der damals die Peschmode groß gemacht hat. Und als die richtig groß wurden, ist er weggegangen. Und dann hat er mit... Dann hat er Jasu gemacht mit der... Wie heißt die jetzt wieder? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Alison Moyet. Alison Moyet, genau. Danke. Don't Go. Ihr Riesenhit. Das muss so 1982, 83 gewesen sein. Ja, weil ich kann mich noch erinnern, wir haben damals eine Klassenreise gemacht und da wurden zwei Lieder rauf und runter gespielt. Und das eine war Don't Go von Jasu und das andere war... Kriege ich jetzt gar nicht mehr auf die Reihe. Wenn ich es höre, dann muss ich mich übergeben. Also lasse ich das lieber. Und dann später hat er halt mit dem Andy Bell, heißt der, glaube ich, den wir hier im Bild sehen, Erasure gemacht. Und das war so eine Synthi-Pop-Musik. Ich habe damals überhaupt nicht begriffen, dass es da um eine Transgender-Agenda ging. Ich meine, das sieht man hier auf dem Bild ja nun deutlich. Und das ist ja bei uns mit dieser Serie Satanische Musik-Agenda, beinahe Back-to-the-Roots-Agenda-Agenda. Das hat mich damals überhaupt nicht begriffen. Ich fand die Musik so toll. Und ich war auf einem Konzert von Erasure unter anderem im Stadtpark und einmal sind die aufgetreten in einem ziemlich kleinen Club auf der Reeperbahn. Und da war ich auch da. Ich fand die wirklich ganz, ganz toll. Weil das ist auch heute noch, wenn ich die Musik höre von den beiden. Ich kann es nicht helfen. Ich finde die gut. Man darf nur nicht darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber ich finde die gut. Wie gesagt, die 90er war so dieses Revival-Alter. 82 haben sie sich ja eine Pause gegönnt. Also das ist ja auch wieder gelogen. Im Endeffekt haben sie sich 82 aufgelöst. Aber sie haben halt nach außen gesagt, sie würden mal eine Pause machen. Und danach haben sie ja dieses Musical gemacht, Chess. So, jetzt geht es weiter über Erasure mit Björn Again, habe ich ja gerade schon benannt. Die haben sich 1989 gegründet. Also man kann sehen, die 90er Jahre war da so dieses ABBA-Revival. So lange ist das jetzt auch schon wieder her. Und dann haben sie eben 2008 dieses Museum gegründet, habe ich eben schon von erzählt, wo man eben diese Hologramme da bewundern kann, in Anführungsstrichen, und solche ganzen Geschichten. Und kann sich da also als totaler Fan dann halt da seine Memorabilia holen. Ich habe auch ein Exemplar hier. Vielleicht blende ich das noch ein. Ich habe diese originale CD, die man da bekommt. Die habe ich über einen Freund letzte Woche zugeschickt bekommen. Also es gibt auch Leute, die einem hier dementsprechend ein bisschen helfen. Geht weiter. Musikalischer Stil ist auch klar, brauchen wir nicht drüber zu erzählen. Vorbilder nennen wir Cardney, wissen wir alles. Das ist wie gesagt hier, das ist nur Wikipedia. Wir kommen gleich mal zu den interessanten Dingen. Ulveus zog sich meistens allein zurück, um einen klassenden Text zu finden. Ja, aber auch nur meistens. Im Endeffekt gibt es auch andere Leute, die da hinten rum gesagt haben, nö, das Ding heißt jetzt anders. Oder hat jetzt anders zu heißen. Und nicht nur englischsprachige Menschen, nicht nur Muttersprachler. Aber damit ist natürlich jetzt hier beispielsweise auch Ring Ring gemeint. In den Anfangsjahren hat auch eben der Sticker eine ganze Menge da reingemacht. Und jetzt kommt der erste Schwindelanfall. So ist laut Björn Ulveus der Song Slipping Through My Fingers das einzige wirklich autobiografische Lied, das er je komponiert hat. Die einfühlsame Ballade, die das schneller heranwachsende eigenen Kinder aus Sicht der Eltern thematisiert, ist seiner Tochter Linda, die er mit Agneta hat, die erste Tochter, gewidmet. Und im direkten Gegensatz, hier fehlt ein R, schreibt Agneta auf ihrer Webseite aus der Wayback Machine, die das Scheitern ihrer Heirat inspirierte Ulveus, um eben den Text zu schreiben zu Der Gewinner kriegt alles, der Winner takes it all. So, dieses ist nicht mehr auf der Webseite enthalten und ist hier ein Link, den ich da gefunden habe. Ich habe den mal versucht zu recherchieren, den habe ich nicht mehr. Aber auf Wayback Machine gibt es den vielleicht noch auf jeden Fall. Also, da widersprechen die beiden Ehepartner sich. Ein drittes Indiz, weswegen ich das Lied nicht gemacht habe vorher, ist Knowing Me, Knowing You. Dieses Lied ist 1977 rausgekommen. Das heißt, da war eigentlich die Ehe von den beiden schon, naja, also zumindest richtig angeknackst. Wahrscheinlich haben sie auch aus vielerlei Gründen dann ein zweites Kind bekommen. Das ist jetzt völlig wertfrei. Bitte nicht irgendwelche ABBA-Fans, die jetzt aufschreiben, nein, das ist völlig wertfrei. Kurz nachdem das zweite Kind ja kam, hat ja Agnetha sich von Björn getrennt und nicht umgekehrt. Also, sie ist ja ausgezogen. Ja, ich kenne einige von den Geschichten, die kommen auch viel, viel später noch. Aber wenn ich ein Lied schreibe am 02.02.1977, was eben über eine Trennungsgeschichte geht, dann frage ich mich natürlich, wie kommt man denn auf sowas? Kein sorgenfreies Lachen mehr. Durch ein leeres Haus gehen, Tränen in meinen Augen, hier endet die Geschichte. Das ist auf Wiedersehen, das heißt auf Wiedersehen. Dich kennen, mich kennen, wir können nichts tun, wir müssen uns stellen. Wir sind fertig, this time we're through. Dieses Mal sind wir zusammen durch. Ich muss gehen und so weiter, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter reinzugehen, das ist eine Trennungsgeschichte hier. Und deswegen, das ist meiner Meinung nach sicherlich schon eine Geschichte, die darauf hinweisen könnte, dass bei denen halt auch nicht alles rosig war. Und wie gesagt, wenn wir dann in späteren Folgen mal in die Einzelmitglieder gehen, da kommt noch viel mehr rein, da kommt noch viel mehr von den Dingen. Wenn man dann wirklich die Zusammenhänge mal sieht, dann ist es dann doch sehr, sehr traurig eigentlich. Okay, geht weiter. Und das war der Grund, warum ich den Text, wo ich zuerst gedacht habe, ich hätte ihn vergessen, aber nein, ich hatte ihn ja an dieser Stelle kopiert. Also da sieht ja Agnetha in diesem Video doch schauspielernd ziemlich leidend aus. Auf dem nächsten Bild, über dem nächsten Bild, nächsten Bild. Schöne eiskalte Umgebung auch noch, muss man sich schon warm anziehen. Sieht nicht besonders positiv aus. Und mit dem Liedtext zusammen ist das eben, das haben sie auch dann etwas farbenfroher in Japan hier intoniert. Die müssen da allerdings anscheinend immer oder oft enge und kurze Klamotten tragen. Also weder enge oder kurze, manchmal sogar beides. Also ist natürlich alles nur Zufall, warum immer die Mädchen da so präsentiert werden. Aber naja, geht weiter. Neben der typischen Instrumentation der Musikgruppe aus dieser Zeit, die aus verschiedenen E-Gitarren, was er schon gesagt habe, Bassgitarre, Klavier und Schlagzeugbestand, beziehungsweise Synthesizer, setzten die eben zusätzliche Instrumente aus Orchestern ein und aus Synthesizer ein. Und haben, das steht hier nicht bei, eben zwei Sänger, beziehungsweise Sängerinnen. Geht weiter. Mit aufwendiger Judo-Technik stellte eben der Ingenieur Michael B. Trethor verschiedene Variationen her und machte eben zeitlich versetzt Stimmen und Instrumente auf. Das heißt, das ganze Ding ist also dieses so benannte Wand der Klänge, Wall of Sound Arrangements, sodass die beiden Hauptsängerinnen eben klingen schon fast wie ein Chor. Und die sind also drübergelegt, drübergelegt, verdoppelt, verdoppelt und noch mehr. Und dann auch noch zeitlich verzögert, sodass also quasi so der Gesang kaum noch aufhört. Beispielsweise, gutes Beispiel ist die Entstehungsgeschichte von Dancing Queen. Da geht also wirklich nur noch Refrain, Refrain, Lied, Text, 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 Text. Und dann kommt noch der Backgroundgesang dazu. Also wenn man sich die einzelnen Spuren mal anhört, was ich heute getan habe, das ist schon richtig toll gemacht, gar keine Frage. So, die haben auch viel Geld investiert in Studio. 1977, 78 in Stockholm. Er ist sogar nach Miami geflogen. Also da gab es noch kein Miami Vice. Und wir kommen jetzt natürlich zu der Geschichte, wo ich eben schon angedeutet habe. Mama Mia, das Musical und der Film. Das ist ein unscharfes Foto von allen, die auf dem Balkon stehen, die da eben mit benannt sind. Das zweite von links dürfte Pierce Brosnan sein. Den dürftet ihr noch aus James Bond kennen. Meryl Streep dürftet ihr auch kennen. Und die ABBA-Leute dürftet ihr auch kennen. Ich habe das Mama Mia mal in Brüssel gesehen, in der Stadtschauberg, heißt das glaube ich, in Brüssel, bin ich da gewesen zu einer Aufführung. Mein Sohn war damals dabei. Ich glaube, ich war schon geschieden. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich glaube, ich hatte noch ein Freundespaar da mit bei mir oder so. Zweimal haben wir uns das angeschaut. Ja, ist ein grausames Musical. Ich weiß, dass du das zweimal gemacht hast. Zeigt, in welchem Zustand du dich vorher befanden hast. Aber gut. Wir gehen jetzt nämlich genau in dieses Musical rein, was der Jörg besonders gut kennt. Ich habe mich jetzt mit diesem Musical speziell nicht beschäftigt. Ich habe mich nur mit der Geschichte dieses Musicals beschäftigt. Dieses Musical hat nämlich einen großen Nachteil. Es prägt ja zum Ruhm der Mitglieder und zum monetären Umsatz bei. Also es wird der Mammon bedient. Okay, geht weiter. Ich will jetzt gar nicht in die Details, wann, wo, der Soundtrack und so weiter und so fort. In Premiere, da gibt es auch einen Film von, dann waren die auf dem Balkon. Das ist alles eigentlich uninteressant. Interessant ist, worum es geht. Mamma Mia. Ein Kult-Musical. Also da geht es sich um Anbetung. Mamma Mia, allerbeste Unterhaltung. Machen wir mal weiter. Eine originelle Geschichte, ja. Die ist sehr originell. Nach der Premiere in London 1999 eroberte, also kurz vor dem Ovo von Millennium, von Peter Gable, eroberte Mamma Mia die Musical-Welt im Sturm. In 16 Sprachen übersetzt von mehr als 54 Millionen Zuschauern, also minus zweimal Jörg. In 400 Städten gesehen kann man das Stück ohne Übertreibung einen Welterfolg nennen. Die Deutschland-Premiere fand 2002 bei Jörgs früherer Heimatstadt Hamburg statt. Das deutsche Publikum tomt dabei in die Genuss einer eigenen Inszenierung für die überaus gelungenen Übersetzungen der Arbeitszeichnen. Michael Kunze und Ruth Deni verantwortlich. Mir schwant ja schon wieder was bei dem Herrn Kunze. Aus I have a dream wird mich trägt mein Traum. Knowing me, knowing you wird zu ich bin ich, du bist du. Und statt the winner takes it all heißt es in der deutschen Version, der Sieger hat die Qual. Also du siehst, es hat eben dann wieder eben eine ziemliche Qual an sich. Das wird eben nicht richtig übersetzt. Gut, geht weiter. Das ist auch gut so. Na, ich hab da eine andere Meinung zu, aber gut. Denn das Aber-Musical bindet die Hits geschickt in die Handlung ein. Ja, das Ding soll sich ja auch verkaufen. Geht weiter. Geht weiter und spül mal ein bisschen vor. Das Musical Mamma Mia generiert über 30 Millionen Zuschauer und erwirtschaftete bislang einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Der Film dazu ist aus dem Jahre 2008 und spielte mehr als 610 US-Millionen Dollar ein und ist der erfolgreichste Musicalfilm aller Zeiten. Mamma Mia ist ein Jukebox-Musical, das bekannte Musikstücke der Gruppe ABBA verwendet. Das Libretto mit der Geschichte einer alleinerziehenden Mutter Donna und ihrer Tochter Sophie, die kurz für ihre Heirat steht, von der britischen Autorin Catherine Johnson. Die habe ich jetzt nicht großartig eruiert. Das hat auf jeden Fall, ist das angeblich auf ihr jetzt da zurückzuführen, dass das Ding eben da so ist oder beziehungsweise den Inhalt hat, den es jetzt da so eben hat. Und genau zu demjenigen kommen wir nämlich eben jetzt. Jetzt geht's los. Mamma Mia. Mamma Mia. Nicht so schnell. Mamma Mia heißt, ach du mein Schreck. Oder aber, meine Mutter. Oder, nee, das heißt, ach du lieber Himmel. Oh, oh. Ich ahne nichts Gutes. Mamma Mia sagt man normalerweise, wenn einem irgendetwas, mamma Mia, verwundert, erschreckt und so weiter. Und beides hat mich eben bei dieser Handlung. Beides. Ich war verwundert und erschreckt und zwar genau in dieser Reihenfolge. Also wundern wir uns erstmal über die Handlung. Wie folgt. In dem ABBA-Musical geht es nicht um die einzigartige Volksgeschichte der schwedischen Popgruppe, sondern um die alleinerziehende Mutter Donna. Wir sehen keine Familie da. Donna ist ein weiblicher Ohrname, kommt aus dem Italienischen, heißt eigentlich Herrin von Domina, Lady, Mistress of the House, aus dem lateinischen Domus gleich Haus. Also die Hüterin, die Herrin, die Herrscherin des Hauses. Domina, ich weiß nicht, also Domina heutzutage, da könnte euch, ich wollte jetzt hier kein Bild reinkleben, aber da könnt ihr euch vielleicht auch irgendetwas denken. Glaubt ihr, dass eben jetzt dieses Donner oder diese Donner hier zufällig drin benannt wird? Es gibt kein Lied von ABBA, was Donner heißt. Moment mal. Das gibt es von Tennessee, aber nicht von ABBA. Das kommt also von Domina. Domina, da muss ich denken an, ruf mich an. Ja, zum Beispiel. Und zwar nicht nur Telefonsex, sondern jetzt nehmen wir das doch mal eben geistlich. Ruf mich an, bete mich an. Dann sind wir, glaube ich, auf der richtigen Straße. Ja, sie ist ja auch die Hauptperson, also mit die Hauptperson in diesem Musical. Ja, eben. Genau. Es geht eben um die alleinerziehende Mutter Donna, wo das Alter jetzt hier nicht benannt wird. Man ist ja dann ein bisschen ein Kavalier anscheinend, die eben die Herrin des Hauses ist, weil es ist ja kein Mann da. Ja, deswegen muss sie ja die Herrin des Hauses sein. Die mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie, eine französische Form von Sophia, ein weiblicher Vorname aus dem griechischen, griechisch. Wir erinnern uns an Kassandra, wir erinnern uns an Eros, an Teros und so weiter. Aus dem griechischen Sophia heißt eben praktische Weisheit, Wissen und so weiter. Ja, Philosophie, die personifizierte Weisheit aus Sophos. Ja, oder halt ein Sophist. Oh, Sophist, Moment, Sophist, da war doch was. Aus dem griechischen Sophist ist ein Meister seiner Kunst, ein weiser Mann, ein cleverer Mann im täglichen Leben. Weise werden, erfahren, aus Sophos, skilled in a handicraft, also erfahren und gewieft. So kommt eben das Wort Sophistik her. Das können die Jesuiten besonders gut. Die sind sehr erfahren in dem, was sie an angeblichem Wissen weitergeben. Also nochmal, ich halte weder Donner noch Sophie hier für einen Zufall. Warum hat man denn diese Namen gewählt? Die Sophia Jesu Christi ist Teil der gnostischen Nakamadi-Schriften, gnostisch, Vorsicht. Dort erscheint sie als vierte Schrift des dritten Kodex, auch Teil des koptischen Kodex Berolinensis, Gnosticus und so weiter und so fort. Vorsicht, vor allem was mit gnostisch ist. Man versucht die Menschen eben von der Wahrheit wegzudrücken, eben in diese gnostische Ecke. Hypnosis, Pink Floyd zum Beispiel. In der feministischen Theologie heißt Sophia die Weisheit. Mengenmäßig der weitaus größte Anteil an weiblichen Gottesbildern in der Bibel findet sich in der Figur der Weisheit, griechisch Sophia, die in der nachexilischen Zeit Israels eine besondere Rolle spielt. Vergleiche Weisheit 6 bis 11. Weisheit 6 bis 11? Oh, mir schwant Böses. Mir schwant nämlich ganz Böses. Das heißt, es wird hier jetzt eine Verbindung gemacht zwischen Gottesbildern und griechischer Philosophie und der Bibel. Also ganz vorsichtig sein. Ganz vorsichtig, was eben da ist. Es geht sich bei der Gnostik eben nicht, oder bei der Gnosis besser gesagt, geht sich nämlich eben nicht um eine bibeltreue Übersetzung. Im Gegenteil dessen. Es geht sich damit um letzten Endes den Mensch in den Vordergrund zu stellen. Denn Sophie, Sophistik, das hat eben nichts mit dem wirklichen Wissen oder der Weisheit der Bibel zu tun. Also gucken wir uns weiter an. Warum hat man Sophia als griechischen Namen genommen? Tja, weil die Mutter Donner seit den 1970er Jahren auf einer kleinen griechischen Insel lebt und dort eine selbstgebaute Taverne betreibt. Taverne kommt aus Lateinisch Taverna, lokal, steht für eine Gastwirtschaft oder Schenke, also da wo ausgeschenkt wird. Zu deutsch Wein, Weib, Gesang. Das würde ja ziemlich gut zu unserer Sendung und zu ABBA passen. Mama Mia verbindet die Top-Hits von ABBA mit einer schwungsvollen Geschichte rund um die Powerfrau Donner, weil Mann ist ja nicht da und drei ihrer ehemaligen Liebhaber zu einem mitreißenden Musical. Also drei ehemalige Liebhaber, das riecht nach Unzucht. Das riecht nicht nur, das ist es auch. Weil, wir kommen jetzt gleich dazu, trotz des spartanischen Mauerteils oder des spartanischen Bühnenbilds, das nur aus zwei Mauerteilen bestellt, die sich verschieben lassen und so weiter und so fort, wird man als zu sehr in die turbulente Geschichte hineingezogen oder gesogen. Blaues Licht vermittelt das Gefühl, an mehr zu sein. Aha, aha, aha. Okay, das war die Geschichte dazu. Jetzt kommt der Ernst. Der erste Akt. Sophie lädt, also die Tochter, zu ihrer anstehenden Hochzeit ihre drei möglichen Väter ein. Also seht ihr, wo die Geschichte hingeht. Alleinerziehung, kaputte Familie, Mutter nur überall rumgemacht und gleichzeitig eine Gastwirtschaft. Also wir haben dann Damen wohl mit Alkohol auch zu tun. Hätte uns ja auch gewundert. Und das Ganze spielt auch noch auf einer kleinen griechischen Insel. Eros, Anteros, Aphrodite, Kassandra und noch mehr. Da kommt noch viel mehr. Immer in Griechenland. Wer ist denn noch in Griechenland? Mir fällt da jemand ein, aber da kommen wir ganz spät dazu. Also, sie lädt ihre drei möglichen Väter ein. Mama Mia. Übrigens, in dem Video von Mama Mia entwickelte sich nämlich eine der beiden Sängerinnen, vollkommen unfreiwillig, zu einem vergötterten Sexsymbol, das am Ende nicht imstande war, den unglaublichen Ruhm zu verkraften. Und deswegen zeigt man auf solche Bilder in einem Video. Und zwar auch Kindern. Ist natürlich nur ein Mund. Klar. Aber es geht im Songtext von Mama Mia nämlich genau um das. Ha, ich komme nicht von dir los. Du bist zwar sch, 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 Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich komme nicht von dir los. Geht sich da wohl eine körperliche Anziehungskraft. Und das sagt sogar hier der Direktor Lasse Halström. Der sagt, ah, guck mal hier, wenn man eben diese Lippen da verbindet, in diesem Video, das wir gerade gesehen haben auf dem Bild, ja, in einer sexuellen Weise bei 1 Minute 35 im Originalstück. Mama Mia, das ist ja das Lied, worauf dieses Musical basiert. Also, nix von wegen unfreiwillig Sexsymbol. Die Information, unser Vaterschaft, hat sie aus dem Tagebuch ihrer Mutter Donna. Also, sie liest sogar das Tagebuch ihrer Mutter. Toll. Sophie zeigt dann später ihren besten Freundin Lisa das Tagebuch und sie lesen daraus vor. Honey, honey, ooh. Da müssen sie ja wieder stöhnen, ne? So. Früher sangen sie zusammen in der Band Donna und die Dynamos. Da war ich ja gar nicht so weit weg mit Summer Night Fever und dem Dynamo oder dem Magier Dynamo, ne? Ja. Und Donna klagt das Leid und träumt davon, reich zu sein. Und das andere hier interessiert mich gar nicht. Aber danach tauchen eben ganz unten hier die Jungs auf der Party auf. Gib mir, gib mir, gib mir. Also, eine Forderung, ne? Ist ein Imperativ. Gib mir, gib mir, gib mir. Ansonsten ramme ich dir meinen Absatz in den Hintern oder irgendwo anders hin, wo die Sonne nicht scheint. Zu deutsch. Dieses ganze Ding geht sich nur um eine moderne Beziehung, wo die Mutter halt mit möglichst vielen oder mit einigen Männern Geschlechtsverkehr gehabt hat, gleichzeitig eine Kneipe betreibt, ob die Tochter nicht weiß, wer der Vater ist. Und im zweiten Teil geht es dann also auch weiter. Das kommt dann ganz zuletzt unten auf der nächsten Seite. Wer Sophie's Vater ist, ist für sie unwichtig. Toll, ne? Das ist Mama Mia. Und da kann ich sagen, das ist das erste Mal, wo der Titel von ABBA wirklich auch mit meinem Empfinden übereinstimmt. Mama Mia. Das ist wirklich der Inhalt von diesem Musical. Ganz toll. Also, eine moderne Interpretation einer glücklichen Familie. Männer werden nur zum Zeugen gebraucht. Frauen sind die Powerfrauen, haben eine Kneipe, haben ganz viele Männer, die halt letzten Endes dann bereitstehen, halt wofür schon, für den Geschlechtsverkehr halt. Und der Tochter ist es dann auch letzten Endes nachher egal. Und die begibt sich dann eben auf die Reise und so weiter. Also, wer Sophie's Vater ist, ist völlig uninteressant. Ist völlig uninteressant. Das ist Mama Mia. Das ist natürlich so begehrt, weil das genau in diese Agenda reintrifft, um die Familie kaputt zu machen, um möglichst die Frauen daran zu bestärken. Ja, du musst dich im Job verwirklichen. Kinder, ja gut, die hat man. Aber ein Mann, der muss doch nicht deswegen bleiben. Bezahlen müssen die sowieso. Entschuldigung, aber ich habe die meisten Erfahrungen gemacht, dass Männer diejenigen sind, die traurig sind, wenn eine Beziehung auseinander geht. Weil die Frauen meistens das Sorgerecht bekommen. Und natürlich gibt es auch Männer, die das Unterhalt nicht bezahlen. Da habe ich dann auch genauso wenig Verständnis für. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Männer Leidtragenden einer kaputten Beziehung sind. Und die Kinder, man muss dann mal an die Kinder denken. Und hier wird suggeriert, dass es völlig egal für ein Kind ist, wer der Vater ist. Es ist völlig egal. Hauptsache die Mutter ist eine Powerfrau und Hauptsache die hat eine Taverne und ist immer genug zu trinken da und viel Musik läuft. Also genau Unterhaltung, unten halten. Trinken und Musik hören, das aber. Und bloß nicht nachdenken über den Inhalt eines Musicals. Geht weiter. Das ist jetzt hier Information, die muss jetzt dabei sein. Guck mal hier. Die US-Tour von Benny Anderson und Benny Ulveos Mamma Mia hat ihren 500. Auftritt am Dienstag, den 5. Februar in Detroit gehabt, wo es eben gespielt wurde, an dem Masonic Temple Theater. An dem Freimaurer, an dem Theater des Freimaurer Tempels, Masonic Temple Theater. Fand ich schon mal interessant. Geht weiter. Auf der nächsten Seite. Hier gibt es sogar Briefmarken von ABBA. Und dieses Motiv basiert auf einem Foto von Anders Hansa. Das ist quasi so der Haus- und Torfotograf. Und alles andere, was jetzt hier ist, das können wir jetzt erstmal weiter scrollen bis zur nächsten Seite, wo wir jetzt endlich mal ein bisschen mehr in die Hintergründe der Geschichten reingehen, weil ich habe keine Lust, mich weiter mit irgendwelchen kleinen Songs zu beschäftigen. Es kommen noch ein paar, aber die kommen dann in einen gewissen Kontext. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Ansonsten haben wir nämlich überhaupt keine vernünftige Chronologie mehr oder kein vernünftiges Skript, wo das irgendwie so halbwegs geordnet war. Ich habe gesagt, so die ersten 21 Folgen waren halt nur die Lieder. Und jetzt kamen mal zehn Leuten dahinter. Rune Söderquist. Rune Söderquist wurde 1935 geboren. Nachdem er im Werbegeschäft gearbeitet hatte, hatte er in den 1970er Jahren ein eigenes Designstudio. Er begann Ende 1975 mit ABBA zu arbeiten und entwarf die schwedische Originalhülle für ihr Greatest Hits-Album. Im folgenden Jahr erfand er das berühmte ABBA-Logo mit dem rückwärtsgerichteten B. Rune dachte, dass jedes B, also Björn und Benni, jedem A, also Agnetha und Anifried, zugewandt werden sollte, da sie zwei Paare waren. Von Arrival 1976 bis zum Posthum in ABBA-Live zehn Jahre später entwarf Rune jede weitere Albumhülle für ABBA. Das inkludiert Super Trooper und The Visitors. Der Titel Arrival Ankunft wurde von Runes damaliger Frau Lillebill Anka Krona vorgeschlagen. Auf dem Ärmel, damit, das ist eine Übersetzung jetzt hier, ich denke mal, die meinen jetzt ein Umschlag, für Super Trooper stand ABBA, umgeben von verkleideten Freunden und Bekannten sowie echten Zirkusartisten. Für The Visitors bestand Runes Konzept darin, die Besucher als Engel zu betrachten, was dazu führte, dass die Gruppe vor einem Gemälde eines Nicht-Engels stand, sondern eines angeblichen Eros, der nichts anderes ist als eine Variation von Lucifer. So, jetzt schon mal klar, welche Engel der Herr Rune Söderquist so bevorzugt. Zumindest bevorzugt er griechische Engel, weil Eros aus dem griechischen Mythologie kommt, im Übrigen genau wie Mamma Mia, im Übrigen genau wie Kassandra. Langsam macht sich ein Schema breit, oder? Rune war auch der visuelle Architekt hinter Abbas Tourneen und er erzielte auch danach noch Erfolge auf dem Gebiet der Kunst. Und was wir von der Kunst zu halten haben, sollten wir dann spätestens nach unseren Lesungen Satanismus in der Kunst Teil 1 und Teil 2 dann auch wissen, wo es dann mal um die etwas deftigeren Sachen geht. Aber nochmal eben, für Visitors bestand sein Konzept darin, die Besucher, die Visitors, die V-Leute, die Außerirdischen, als Engel zu betrachten. So viel mal dazu, dass meine Hypothese mit den Besuchern wahrscheinlich nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Denn das war das Konzept. Also die Besucher sind Engel. Engel. Plural. Und nicht benannt, welche Engel. Und wenn er sagt, dann stellen wir die einfach mal vor Eros, dann ist es eben nicht Gabriel und eben nicht Michael. Sondern dann sind es gefallene Engel. Oder Abbildungen gefallener Engel, müssen wir besser sagen. Okay, also extremst negativ, was dieser Mensch da gemacht hat. Wissentlich oder unwissentlich, kann ich jetzt noch nicht sagen. Geht weiter. Also, höchst interessante Person, der Herr Rune Söderquist schon mal. Höchst interessante Person. Geht aber nachher noch mit ihm weiter. Anders Hansa, der Fotograf. 1945 geboren, sei als seiner Jugend begeisterter Fotograf. Nach seiner Karriere als Radioproduzent machte er die Fotografie Ende der 70er Jahre zu seiner Vollzeitbeschäftigung. Ich meine, ist ja auch ganz klar, wenn man aber Fotograf ist, kann man das dann auch. Er gründete seine eigene Firma, die heute hauptsächlich Video- und Multislide-Präsentationen produziert. Er stellte eine 78er-Radioserie zusammen, in der aber erscheinen sollte. Die Gruppe lehnte ab, aber der Manager Stikan wohnt an, daran teilzunehmen. Bei einem Besuch in den Polar-Music-Buros, da wo die ganzen Platten da aufgenommen worden sind, produziert worden sind, traf Anders Vizepräsidentin, muss man dazu sagen, Görel Jonsen, das ist nämlich eine Frau, eine Romanzeblüte auf und das Paar war zwei Jahre später verheiratet. Anders wurde bald ein persönlicher Freund der ABBA-Mitglieder, was ihm in seiner Arbeit als Fotograf einen beispiellosen Zugang zur Gruppe verschaffte. Tja, und half ihn auch bei den Kulissen und beim Erstellen der Musik wie das jetzt. Jetzt guckt euch mal die Bittung von ABBA an. An ihn. Du warst einer dieser Fotografen Anders und möge Gott uns unsere Sünden vergeben. Jetzt, weiser, wissen wir, welche wichtige Rolle diese ganzen Bilder in Abbas Karriere gespielt haben. Nicht nur diejenigen im Studio, sondern auch die, die du auf der Tour oder im Aufnahmestudio und an vielen anderen Plätzen geschossen hast. Und sie werden auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen, um die Geschichte der Popmusik zu erzählen. Wir haben wirklich Karl Magnus und dein Buch genossen. Und dasselbe werden auch unsere Kinder und Enkel. Nochmal der erste Satz. Du warst einer dieser Fotografen Anders und möge Gott uns unsere Sünden vergeben. Was hat dieser Satz in dieser Widmung zu tun? Ich fand das sowas von abstrus. Also, sie sprechen da von irgendwelchen Sünden vergeben. Ich weiß ja nicht, welche Bilder die da meinen. Aber sie sagen jetzt, wir sind jetzt weiser geworden. Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, aber lasst uns doch mal weitergehen im Skript. Ich fand das einen super interessanten Ausschnitt, den ich hier extra in einem der Bücher, das ich von Abba habe, gefunden habe. Gott vergift was Abba sind. Jetzt gucken wir uns mal an. Gut, geht weiter. Mit Obe Sandström, dem Modedesigner. Ein schwedischer Modedesigner und Lehrer, am besten dafür bekannt, alle Bühnen ausfizt, der Musikgruppe Abba mit Ausnahme ihrer Waterloo-Kostüme beim Eurovision Song Contest 1974 zu entnommen. Er wurde 1944 in Nordschweden geboren. Sein Tagesjob ist es Lehrer an der Spagna High School zu sein. Seine Hauptverantwortung liegt in der einzigartigen Zooabteilung mit aller Arten von Tieren. Parallel zum Interesse an Naturwissenschaften und der Welt der Tiere hatte er auch eine Leidenschaft für Kleidungsdesign. Er entwarf in den 70er Jahren zusammen mit seinem Partner Lachs Vigenius. Der hat übrigens genäht, soweit ich jetzt da recherchiert habe, die meisten Kostüme von Abba in der Firma Artist Dressing. Ein bekanntes Beispiel für seine Entwürfe sind die gelben und blauen Katzenkleider von Agnetha und Frieda. Der weiße Oberroll mit grün-weißem Umhang, wie er von Agnetha auf den Touren 74, 75 und im Video Mamma Mia getragen wurde, ist ein weiteres erkennbares Element. Dies war das Kostüm, das Agnetha half, den Tag, also den Titel, Sexiest Hintern in der Popmusik zu bekommen. Also, der half ihr. Nochmal der Running Gag. Von den beiden Sängerinnen entwickelte sich die eine vollkommen unfreiwillig zu einem vergötterten Sexsymbol, das am Ende nicht imstande war, den unglaublichen Ruhm zu verkraften. Hier steht, das war das Kostüm auf der offiziellen Abba-Seite. Das ist die offizielle Abba-Seite, wo das steht. Das Agnetha half. Sie hat sich nicht dagegen gesträubt. Sie hat es angezogen. Und sie hat damit dann getanzt. Die Spandex-Kostüme von Uwe in den Farben Blaulider und Weiß, die während der Europa- und Nordamerika-Tour 1979 verwendet wurden, nehmen ebenfalls einen herausragenden Platz in den visuellen Erinnerungen von Abba ein. Wie gesagt, das ganze Ding Abba ist eine Collage von Bildern und Tönen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Uwe ist heute noch Lehrer und Designer und so weiter und so fort. Geht weiter. Eine Webseite, die ich gefunden habe, aus dem Reitsport, weltfestes Reitsport 2021. Guck mal da oben. Also, das Interview ist ein bisschen älter. Frage an Björn Ulveos. Am Samstag ist das Finale des Eurovision Song Contest. Sie haben viele Jahre auf der Bühne verbracht. Was macht eine gute Show aus? Wann ist sie ein Erfolg? Björn Ulveos, Zitat. Eine gute Show ist vom Anfang bis zum Ende gut. So haben wir bei Abba immer gearbeitet. Das galt für die Texte, die Shows, die Kostüme, für alles. Alles, was nicht höchsten Ansprüchen genügt, hat er einer wirklich überzeugenden Show nichts verloren. Ihr habt Uwe als Designer. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, die Eröffnungsfeier wird super werden. Frage. Auch ihre Majestät Königin Silvia und die Royal Guards werden nach Aachen kommen. Was bedeuten die Königin und die Monarchie für ihr Land? Björn Ulveos, Zitat. Die ganz große Mehrheit der Schweden ist Fan der Monarchie. Das Königshaus ist sehr populär und wir spielen wollen, dass es auch genauso katholisch bleibt. Er sagt, alles, was nicht höchsten Ansprüchen genügt, hat in einer wirklich überzeugenden Show nichts verloren. So, das ist die Herangehensweise von Abba. Höchste Ansprüche. Überzeugende Show bieten. Und zwar Fotograf, Video, Audio, Design, Kostüm, alles. Muss alles perfekt sein. Höchste Ansprüche. So haben wir bei Abba immer gearbeitet, sagt er. Auf einer Pferdeausstellung. Gut. Geht weiter. Jetzt gehen wir wieder in die Biografie rein. Zitat. Für das Design der Bühnenkleidung wurde war sie auch in der Lage, mit den Designern die verschiedenen Konzepte zu diskutieren und eigene Vorschläge mit einzubringen. Im Team Artist Dressing war Ove Sandström derjenige, der die Entwürfe machte, während Vigenius sich um die Näharbeiten kümmerte. Die beiden Modekünstler waren bis zum Ende der 70er für die ausgeflippten Kostüme abbausverantwortlich und maßgeblich daran beteiligt, dass die farbenfrohe und manchmal obskure Erscheinung der Gruppe in der Öffentlichkeit bis heute noch fest im Gedächtnis geblieben ist. Auf der Tournee im Herbst 74 trug Agneta einen weißen, eng anliegenden Oberall, der von den Knien abwärts mit auffallenden Volants besetzt war, dazu ein grünes Cape mit Straußenfegern. Frieda trug einen gleichartigen Umhang, dazu ein weißes, enges Oberteil, einen Minirock, der aus 18 Stoffstreifen bestand, jeder ca. 10 cm breit, um in den wilderen Tanzszenen möglichst viel Sex-Appeal zu bieten. Kurioserweise zog Agnetas overall die meisten Blicke auf sich, erinnert sich Ove Sandström. Dieses Kostüm war der Grund dafür, warum ihr Hinterteil von nun an als der erotischste Po der Popmusik bezeichnet wurde. Friedas kurzer Rock, der eigentlich viel gewagter war, blieb praktisch unbemerkt. Björn und Benni trugen mit Paletten besetzte blaue Hosenanzüge, die sich so weit öffnen ließen, dass sie einen Blick auf ihre nackte Brust freigaben, falls sie es denn so wollten. Soviel mal zu unfreiwillig und familientaubend. Auf dem nächsten, das lese ich jetzt nicht alles vor hier, da seht ihr mal beispielsweise diesen kurzen Rock von Frieda und ihr seht dieses wirklich ganz enge Kostüm von Agneta und mit diesem grünen Cape und mit diesen Straußenfeder. Nochmal unten drunter der Running Gag, vollkommen unfreiwillig zu einem vergötterten Sex-Imbol. Klar, wenn man da mit dem Hintern wackelt, und das ist nichts anderes, macht man da, wenn man tanzt, wenn man sich da eben bewegt und dann ganz knallendiges anhat, dann wirft man irgendwann zum Sex-Symbol, wenn man da auf einer Bühne steht und Millionen Menschen die Platten kaufen, oder? Die Weiterentwicklung von Friedas Persönlichkeit wurde immer deutlicher. Noch vor drei Jahren hatte sie Hemmungen, überhaupt eine Bühne zu betreten. Jetzt aber war ihr nichts zu viel und sie tanzte sogar wie ein Go-Go-Girl auf einem Podium. Die Presse bezeichnete sie als Abbas größte Attraktion. Während Agneta zugab, dass es ihr eigentlich keinen großen Spaß bereitete, auf der Bühne zu gehen, liebte Frieda mittlerweile den Kontakt mit dem begeisterten Publikum über alles. Zitat Auf einer Bühne zu sein, bedeutet für mich das Höchste. Zitat Ende Sagte sie begeistert. Zitat Dort verbringe ich die glücklichsten Momente meines Lebens. Wenn ich da oben stehe, fühle ich mich wie befreit und bin offen für alles. Ich kann mein Innerstes nach außen kehren und es macht mir nichts aus, meine Hüllen fallen zu lassen. Ich fühle mich so sicher, bei mir alles, was ich da tue, so viel Spaß bereitet. Zitat Ende Hier habt ihr mal ein Bild, was glaube ich nicht so viel mit Spaß zu tun hat, aber bei dem Bild kann man nicht sagen, zu einem unfreiwilligen Sexsymbol geworden. Entschuldigung, das sieht aus wie eine Reklame für andere schwedische Produkte aus dieser Zeit. Ich erinnere mal eben ganz kurz, ich habe extra hier kein Bild eingefügt. Es gibt nicht nur finnische Saunen. Es gab vor allen Dingen in den 70ern sogenannte Super-8-Filme, wo gerade in Schweden die Mädchen angeblich besonders gut aussehen oder gut gebaut sind. Zumindest gab es in den 70er Jahren sogenannte Super-8-Filme, wo eben dann so eine Art Freizügigkeit gezeigt worden sind. Und ganz viele davon kamen aus Schweden. Also das, was die jetzt hier machen, ist genau auf dieser Welle zu reiten, wenn man so will. Und das ist hier anbiedern und halbnackt. Nichts anderes. Das sind diese Katzenkostüme, von denen wir eben gesprochen haben und auch da sind die Röcke recht kurz. Und auch da ist die Körperhaltung entsprechend einladend. Das ist nicht verschämen, sondern es ist provokativ schon in Szenen gesetzt. Für 1975 zumindest. Geht weiter. Schlagzeuger von ABBA. Einen hatten wir ja schon. Dann Bassist von ABBA, Rutger Gunnarsson. Über den habe ich jetzt hier nicht allzu viel rausgefunden, weil das Skript ist schon überall in irgendeiner Art und Weise jetzt hier explodiert. Aber er hat halt auch Bass gespielt für Selidion, Westlife, Erton John, Adam Ant. Also man sieht, die Leute kommen rum. Das heißt, die Studiomusiker von ABBA sind jetzt nicht nur auf ABBA beschränkt. Tja, und jetzt sind wir bei Görel Hansa, geborene Jonsson, die Assistentin von Stig Andersson, die persönliche Assistentin der Band-Mitglieder und eben natürlich dann die Ehefrau von dem Herrn Ledin. Ähm, ja, doch, so was. Und später Physiopräsidentin von Polarmusik und bis heute freundschaftlich mit allen verbunden und verbandelt. Geht noch weiter auf der nächsten Seite. Für diesen Geburtstagswünsch kommt noch Lasse Halströhn, habe ich schon benannt. Michael B. Tretdorf kommt gleich. Und Thomas Ledin, interessanterweise, ist der Background-Sänger bei ABBA, heute Solokünstler. Und da kommt dann später noch eine Biografie eben von Marie Ledin. Lasst euch mal überraschen, wie das alles zusammenhängt. Also hier nochmal über diesen Bassisten, Rutger Gunnarsson. Das ist so ein bisschen verunglückt in diesem Skript. Sorry, das ist jetzt hier doppelt. Und so, Slim Borgut ist der nächste. Slim Borgut ist der frühere Studioschlagzeuger von ABBA und ein begeisterter Motorsportler, der zwischen 1981 und 1982 an zehn Formel-1-Rennen teilnahm. In der Saison 1981 fuhren er und der Niederländer Jan Lammers in einem ATS-Fort, auf dessen Front- und Seitenkästen sich das ABBA-Logo befand, auf der nächsten Seite. Das ist ABBA in der Formel 1. Formel 1 ist sehr, sehr teuer. Er ist da von denen gesponsert worden. Ansonsten wäre ihr Logo nicht auf dem Auto drauf. Also bei zehn Formel 1-Rennen habt ihr die Möglichkeit, einen ABBA-Flitzer zu sehen. Einzitat aus dem Motorsport-Magazin. Formel 1 News, also relative News, ne? Aber fährt Formel 1. 3. Mai San Marino. 1981, der große Preis liefert eine besondere Geschichte. Slim Morgut fuhren in San Marino sein erstes Rennen. Slim Morgut war ein ganz besonderer, exotischer Neuzugang in der Startaufstellung der Formel 1, der höchsten Klasse im Motorsport. Auf der nächsten Seite, das ist der Mensch. Bei dem Schweden handelt es sich um niemals Geringeren an den Studio-Drummer von ABBA. Die berühmte schwedische Band, die Morgut von seinem Formel-1-Einstieg auch mit Sponsoring auf den Seitenkästen seines ATS-Autos unter die Arme griff. Sonderlich lang fiel die Karriere des Schweden allerdings nicht aus. Anwesend bei 15 Wochenenden startete Borgut zumindest zehn Rennen. Viermal verpasste er die Qualifikation, zu deutsch Quali genannt. Einmal startete er in der Vorqualifikation. Bestes Ergebnis, ein WM-Zähler für Platz sechs. So, ein lustiger Kommentar von Geroen sagt, er sagte, gimme, 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 ein Formel-1-Auto und er machte seinen Traum wahr. Aber mamma mia, ein Formel-1 geht sich nur um money, money, money. Und unglücklicherweise hat er sein Waterloo gefunden nach um nur zehn Rennen. Aber zumindest kann man ihn dann auch wirklich sagen. Oder, ja, aber zumindest, wenn jemand ihn fragt, hat er wenigstens seine Träume im Leben wahrgemacht. Er kann sagen, ich, I do, I do, I do, ich machte, ich machte, ich machte. Oder ich hab's gemacht. Geht weiter. Dance. Mit der Choreografie von Graham Tainton und der Kostümierung von Obe Sunström hatte die Gruppe von Anfang an Aufmerksamkeit nicht nur für die Musik gewonnen. Wer ist Graham Tainton? Aha, der ist Graham Tainton. Er kommt aus Südafrika und ist ein schwedischer Tänzer und Choreograf, der eben nach 1959 in Schweden eingereist ist, mit einem großen Musikensemble, den Golden City Dixies. Er hat eine Schwedin geheiratet und seine Tochter ist 62 geboren worden. Und er ist auch der Vater von drei weiteren schwedischen Entertainment Celebrities. Und Tainton war Abbas Choreographer und hat eben auch in dem schwedischen Educational Broadcasting Company, eine Public Service Corporation, also eine öffentliche Einrichtung, eben da etwas gemacht. Providing Educational Programs. Also er macht dann so Erziehungsprogramm, Living Room, wo er eben über seine frühen Jahre in Südafrika mit Desmond Tutu als seinen Priester zum Beispiel da in die Waagschale wirft. Moment, Desmond Tutu, sein Priester? Das scheint wichtig zu sein. Desmond Pipilo Tutu ist ein Companions of Our, Englisch für Orden der Gefährten der Ehre, aus dem Vereinigten Königreich des Commonwealths. Wir haben ja gelernt aus den Peter-Gabriel-Sendungen, dass Südafrika dann auch wieder nach Nelson Mandela wieder ins Commonwealth rein wollte. Tja, und dieser Desmond Tutu ist ein südafrikanischer, anglikanischer, geistlicher und Menschenrechtler. Ich habe immer gedacht, die Menschen haben keine Rechte in der Bibel, aber wir schauen mal an, was er denn für ein Priester ist. Er war von 86 bis 96 Erzbischof von Kapstadt und Primat, Primats der Church of the Province of Südafrika. Und er wurde 1984 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wo ist die Alarmsirene, wenn man eine braucht? Er hat interessanterweise vier Jahre lang mit seiner Familie in London gelebt, wo er am King's College einen Bachelor of Divinity Honors und den Masterabschluss in Theologie erwarb. Danach ging er nach Südafrika zurück und war dann Kaplan und so weiter und so fort. Und ist dann halt immer weiter befördert worden. Tutu ist zudem einer von 350 Botschaftern der Klimaschutzorganisation 350.org. Also ein Priester, der sich für Klimaschutz einsetzt? Hm, das ist schon mal sehr seltsam. Und für Menschenrechte, das ist noch seltsamer. Also müssen wir mal ein bisschen weitergucken. Was steht hier? Ja, 2007 gründete Tutu zusammen mit Nelson Mandela und anderen weltweit bekannten ehemaligen Amtsträgern die Gruppe The Elders, deren Ziel die Mithilfe bei der Lösung globaler Probleme ist. Tutu war der erste Vorsitzende der Elders, also der älteren, und wurde nach dem Ende seiner Amtszeit 2013 zum Ehrenmitglied ernannt. Dann gibt es noch eine Tutu Friedens Foundation mit Hauptsitz von New York in den USA. Und auf der nächsten Seite lesen wir dann, dass er komische Aussagen macht. Er hat gesagt, Zitat, ich schäme mich, dass ich diesen Haufen Speichellecker meine Regierung nennen muss. Also ein komischer Satz von einem Priester, finde ich das. Sehr komischen Satz. Und da sieht er ihn zusammen mit, Moment mal, das ist doch der Dalai Lama. Also komische Menschen ist der Mann da zusammen, aber es wird noch komischer und zwar genau jetzt. Tutus Rolle in der Anerkennung homosexueller Menschen in Afrika. Er gilt als Unterstützung der Rechte Homosexueller. Seine Kirche in Südafrika unterstützt die Eheöffnung für homosexuelle Paare in Südafrika, die die in seiner Kirche nahestehende Partei ANC parlamentarisch befürwortete. In einer Presseerklärung in Kien her ermahnte er 2007 in der Debatte die anglikanischen Kirchenführer aus Afrika um die innerkirchliche Anerkennung homosexueller Paare. In Kapstadt weise er religiöse Rechtfertigung homophober Vorurteile zurück. Zitat, er würde keinen Gott verehren, der homophob ist. Sondern, Zitat, lieber zur Hölle fahren, als an einen homophoben Gott zu verehren. Im Mai 2016 heiratete genau seine Tochter Mofo die Niederländerin Marceline van Fucht. Toto erhielt von der anglikanischen Kirche die Erlaubnis, einen väterlichen Segen bei der Trauung auszusprechen. Und so viel gegen die Bibel bei einem Menschen, der den Friedensnobelpreis bekommen hat, der Erzbischof war und der so viele Ämter hat, da fehlt eigentlich jetzt nur eins und zwar endlich die Bibel, die dann endlich mal die richtigen Verhältnisse klar bringt. Oder Jörg? Sicher in dem ersten Römerbrief oder ersten Kapitel des Römerbriefs. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahlen verfallen und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht in der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Vielen Dank, Jörg. Also das ist ein Priester. Ein Priester, der homosexuelle traut, ein Priester, der irgendwas von Hölle erfahren sagt, der solche Sätze von sich gibt, mit Speichelleckern, das hört ja gar nicht mehr auf bei dem. Also anglikanische Kirche, aha, okay, toll. Also, Entschuldigung, aber ich glaube, ich weiß, ihr habt den Eindruck, als wenn der nie die Bibel gelesen hätte. Ja, das ist ein Katholik, ne? Ja, ist ja Wahnsinn, ne? Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, also das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. So, die Auszeichnung von denen ohne Ende, Ehrendoktor, Ehrendoktor, Friedensnobelpreis, das Kaplan des Ordens von St. John. Ach, Ehrendoktor, Gandhi, Friedenspreis, du hast es nicht gesehen. Kommandeur des Ordens von Oranien-Nassau, also das ist alles nichts, ne? Aber das Beste ist, glaube ich, das Bild, was jetzt kommt. Zwei, die sich gut verstehen. Desmond Tutu und Nersen Mandela. Knights of Malta. Malteser-Ritter eben. Ja. Eben. Die Goldmedaille of Merit of the Sacred. Ja? Heilige Militär. Sacred Military. Wo steht denn das in der Bibel drin? Ja, es ist für mich unverständlich. Also, wie gesagt, es kann nur sein, dass die Bibel keiner mehr liest. Ja? Malteser-Ritter. Deswegen sind natürlich jetzt auch die Südafrika wieder seit langem, seit Nersen Mandela dran ist, jetzt wieder im Commonwealth of Nations. Ja. Gucken wir uns die Medaille an, da brauchen wir gar nichts drüber zu sagen. Ein durchgekreuztes X und die ganzen anderen Sachen, die da dran sind, es hat alles keinen Sinn. Ja, das hat ja alles keinen Sinn mehr. Das sind alles Leute, die eben nach außen den Priester sind und im Endeffekt Ritter sind. Kreuzritter. Heiliges Militär, ey. Meine Güte. Das Einzige, was heilig ist, ist heiliges Kanonenrohr wahrscheinlich. Das, was Gott heilig macht, ist heilig. Ja. Und alles andere ist nicht heilig. So, wir reden jetzt hier über den Tanzlehrer von ABBA immer noch, ne? So, und der hat eben, hat er eben benannt hier, Desmond Tutu und Nelson Mandela. Nelson Mandela, der Rechtsanwalt, der ihn aus dem Gefängnis geholt hat, während der Apartheid. So viel mal zu den Zufällen. So, und das sieht für mich jetzt auch aus, wie Prediger, oder? Mit diesen Gewändern und dieser Handhaltung. Ein schönes Bild zum Abschluss, ne? Ja. Ja, aber wir machen noch drei Minuten. Dann bin ich mich mit diesem Thema Tanz da durch. Also, dieser, auf der nächsten Seite. Oder auf dieser Seite, ja, genau. Frieda tanzt. Acht und eine halbe Stunde pro Woche geht Frieda tanzen. Das ist organisiertes Tanzen. Jazzballett. Und dann geht sie noch aus in Discos. Oft. Verschiedene Nächte in der Woche. Tanz ist nicht alles in ihrem Leben, aber ein großer Part ihres Lebens. Ein großer Teil, ja? Und sie könnte eine Professionelle werden oder gewesen sein. Das sagt eben Graham Tenton. Das ist der Mann mit Desmond Tutu und Nelson Mandela, Abbas Choreograf und Friedas Tanzlehrer für viele Jahre. Als Abba geformiert wurde, hat eben der Graham angefangen, sowohl Frieda als auch Agneta Tanzstunden zu gehen, wo eben der Schwerpunkt auf ihre Bühnen, ihre Bühnenauftritten lag, wenn sie eben mit Abba unterwegs waren. Ja, und deswegen musste auch Agneta eben da tanzen und tanzen lernen oder nach der Pfeife tanzen, besser gesagt. Kann man nicht anders sagen. Das durfte sie dann auch. Und sie hat dann auch mit der Sing-Instructor Inga Sundström zusammengearbeitet, die gesagt hat, sie sollen ihre Stimme nicht immer so strapazieren, zum Beispiel. Also die haben Tanztraining, die haben Gesangstraining und so weiter und so fort. So sieht deren Tagesablauf auf. Das ist eben nicht auf dem Lagerfeuer singen, zwei Gitarren und dann Fernando schmettern. Das ist es eben überhaupt nicht. Und Agneta geht sogar laufen und Björn geht sogar 30 Kilometer Lauf machen und Agneta kann eben nicht so lange. Aber auf jeden Fall ist es dann so, dass Agneta eben gesagt hat, naja gut, er ist schneller, aber naja gut, also das, die Tochter sagt dann ja gut, aber Agneta ist schneller, weil sie ist dann früher wieder zu Hause. Das eben sagte die Linda mit ihren süßen fünf Jahre alten Logik. Das fand ich total nett. Und da seht ihr, wie so der Alltag von denen aussieht. Die wichtigen Dinge im Leben, also beispielsweise zu tanzen. Also nicht anderen Menschen zu helfen oder irgendwas für andere Menschen zu tun, sondern sich selber weiterzubringen. Ich muss das Beste aus mir rausholen. Ja, und ich glaube, damit können wir jetzt nur wirklich dann schließen in diesem Bild. Also so viele Sachen, die jetzt in dieser Folge kamen, von dem Musical Mamma Mia mit seiner Botschaft, dann die Geschichte mit dem Künstler, der eben gesagt hat, der Besuch von Engeln auf den Visitors, dann eben hier die Geschichte mit Desmond Tutu und dem Tanzlehrer von Abba, und ich denke, das ist jetzt erst mal eine ganze Menge Information in etwas mehr als einer Stunde und ihr könnt euch dann freuen, auf die nächste Lesung. Es geht echt in dem Tempo jetzt immer weiter und immer tiefer in die Abba-Geschichte rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und lest bitte eure Bibel, damit, dass ihr diese Lügen demaskieren könnt und dass ihr nicht diesen Leuten auf den Leim geht. Das würde ich mir wünschen. Deswegen lest eure Bibel Maranatha und noch einmal zu mir. Ja, ich kriege dann doch noch das letzte Wort. Ich muss ja immer das letzte Wort haben. Du hast immer das letzte Wort. Ja, man wirft mir das oftmals vor, aber auf der anderen Seite lädt man mich dann auch dazu ein. Nein, ich denke, dass es sehr wichtig war, diese Sendung heute verfolgt zu haben und ich denke auch, dass es für jeden wichtig ist, der vielleicht nach zehn Abba-Sendungen sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt mache ich eine Pause, dann schalte zu dieser Sendung sicher wieder ein, weil jetzt haben wir einen kleinen Einblick dahinter bekommen, einen Anfang eines Einblicks dahinter bekommen, von welchen Menschen diese Schauspieler, die Abba für uns dargestellt haben, von welchen Menschen die ausgebildet, geführt und geleitet wurden. Und das ist ganz wichtig. Ich hatte ja am Anfang der Sendung bereits gesagt, es geht ja um den Geist. Es ist ein geistiger Kampf, der hier auf dieser Welt geführt wird. Und das sind hier, im Englischen sagt man so schön, ich finde da gar keine richtige Übersetzung für, da heißt es Familiar Spirits. Das sind, man sagt im Englischen auch so schön, Birds of a feather flock together. Verwandte Geister vielleicht. Ja, auf Deutsch sagt man, ja, auf Deutsch sagt man, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das ist genau der Punkt. Die ziehen einander an und die werden in ihren Karrieren so geleitet, dass sie alle irgendwann eben auch zusammenkommen. Und dass sie diese Arbeiten zusammen machen. Deswegen ist Bono mit Björn und Benni aufgetreten. Deswegen ist dieser Choreograf, hat er das gemacht, was er gemacht hat. Und genau deswegen haben die sich alle miteinander kennengelernt. Der Punkt ist ganz einfach. Das ist alles gesteuert von Anfang an. Nur, wenn wir diese Musik verfolgen, wenn wir diese Gruppe verfolgen, als sogenannte Fans von außen, dann sehen wir das alles nicht, was dahinter abläuft. Und jetzt sehen wir, dass dahinter ein riesiges, teuflisches Konzept steckt. Und nur, weil das so ein riesiges Konzept ist, hat es auch den Erfolg, den es hat. Aber, jetzt auf der einen Seite, okay, eine weltweit sehr bekannte und sehr erfolgreiche Gruppe. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber das ist bei anderen Gruppen auch so. Das, was Michael jetzt hier bei ABBA aufgedeckt hat, ist noch nie so deutlich geworden. Selbst in Sendungen wie Peter Gabriel und so war es vielleicht nicht so deutlich. Aber genau da ist es genau dasselbe. Peter Gabriel, Genesis, Boney M, Queen, Kiss, die ganzen Gruppen, die wir in der Vergangenheit besprochen haben, Earth, Wind of Fire und so weiter und so weiter. Überall laufen die Dinge zusammen und dann auf verschiedenen Leveln. Weil sonst wäre ja jeder ganz oben. Es sind nur wenige Gruppen, die ganz nach oben kommen und die kriegen halt die allerbesten zusammen oder haben die allerbesten, zwischen Anführungszeichen, die allerbesten Menschen hinter sich, um dafür zu sorgen, dass sie so hochgepusht werden. Aber das Prinzip ist überall dasselbe und jeder erreicht dann halt einen bestimmten Level, eine bestimmte Höhe. Und das fand ich sehr wichtig bei den Einsichten, die wir heute hier gelernt haben. Und es ist nochmal ganz, ganz deutlich geworden, dass hier mit dem Desmond Tutu unter anderem, wäre ganz deutlich dargestellt, welche katholischen Mächte dahinter sind. Es ist ganz deutlich geworden, dass das nichts, aber auch absolut gar nichts mit der Bibel, mit wahrem Glauben und mit unserem Elohim und Schöpfergott Jesus Christus zu tun hat, dem wir anhängen, sondern dass das alles von der Gegenseite kommt. Die Vergnügen vor die Freude setzt oder anstelle der Freude. Weil Freude ist das, was man empfindet, wenn man Psalmen in seinem Herzen singt und Gott verherrlicht. Den Gott, der uns alle geschaffen hat und dem gegenüber wir alle unsere Verantwortung ablegen müssen am Tag des Gerichts. Und ich möchte am Tag des Gerichts nicht sagen, I do, I do, I do. Oder ich habe immer nur gelebt für Gimme, Gimme, Gimme. Wo möchtet ihr denn für leben? Um das zu entscheiden, solltet ihr eure Bibel sehr gut kennen und dann danach leben. Und deswegen Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us. So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from him. God is grieving, he knows and he's seen. Isaiah 29, verse 15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us. The eyes of the Lord are everywhere beholding the evil and good. Walk in the light, don't try to hide from him. Don't try to hide from the Lord. Don't try to hide from the Lord. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us. And who knoweth us.